Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Miluminati Box von Milonair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Miluminati von Milonair im Jahr 2014, genauer gesagt im April 2014, kam ja das Debütalbum von Milonair. Das gab es damals in dieser Box, AMG, Ausländer mit Geld. Und jetzt, ziemlich genau zwei Jahre später, im Mai 2016, kam Miluminati. Also, das zweite Release von Milonair, natürlich über Aslux. Aslux präsentiert, lesen wir hier. Dann haben wir hier einen dicken Staff, also einen American Staff Watcher Terrier mit goldener Krone auf dem Kopf. Und hier lesen wir unten noch Milonair Milo Minati. Unterseite schwarz, schwarz-rot. Hier so der Übergang, ebenfalls Milonair Milo Minati zu lesen. Oben ebenfalls rot. Und hier wieder der Übergang, schwarz-rot. Hier haben wir die Credits und einen Barcode. Gut, okay, dann schauen wir mal, was sich darin befindet. Ja, hier haben wir einen Schlüsselanhänger. Das dürfte der Grinder sein. Dann haben wir zwei Sticker. Die Instrumentals zum Album. Ein, ja, ziemlich zerknicktes Poster. Und das Album an sich. Auch wenn ich es jetzt nicht raus möchte. So. Und wir sehen schon, auch hier haben wir wieder so einen Einleger. Da war das Album drinnen befestigt. Dieser ist festgeklebt. Und ansonsten haben wir hier eine reguläre Klappbox. Okay. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier Milonair in rotem Licht. Aslax präsentiert, lesen wir hier Milonair Milo Minati. Also, Milonair hier mit Sonnenbrille abgebildet. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 15 Stück an der Zahl. Und wir haben einige Features. Wir haben Features von Haftbefehl, Karate Andi, nochmals Haftbefehl, Cool Savage, Manuelsen, Mosh 36 und Oleg Sech. Von den 15 Tracks, meine Favoriten, dieses Dasein Nummer 5 mit Haftbefehl und Knolle für Knolle mit Mosh und Oleg Sech. Wobei ich sagen muss, dass speziell die Beats, gerade bei den zwei Tracks, mir sehr gut gefallen haben. Also, jetzt gar nicht nur so vom Text her, aber der Beat ist irgendwie da sehr, sehr stimmig. Und Knolle für Knolle ist sowohl der Beat, als auch natürlich bei den Features, Mosh und Oleg Sech, extrem stark. So, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier ein Booklet. Das ist hoffentlich etwas umfangreicher, also es wirkt auf jeden Fall dicker. Wir haben hier wieder in der Schwarz-Rot-Optik eine Aufnahme von Milonair in einem Chabos-Hoodie. Und dann haben wir hier, wie so oft, die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, die er daran beteiligt war. Hier geht das Ganze weiter, also immer 5 Tracks auf einer Seite. Hier eine weitere Aufnahme von Milonair. Ja, auch hier wieder Chabos-Merchandise, elegant in den Vordergrund gerückt. Rolex auch am Start. Hier wieder mit Chabos-Hoodie, die letzten 5 Tracks hier aufgelistet. Und dann haben wir hier die Credits. Ich danke allen, die kein Auge schmeißen und allen, die Auge schmeißen. Also, ich danke allen, die kein Auge schmeißen. Da könnte man jetzt vielleicht einen Punkt machen. Und dann, und alle die Augen schmeißen, fickt eure Mütter. Okay, das ist mal eine konkrete Danksagung. Und hier haben wir noch das Genick, beziehungsweise den Hals von Milonair mit seiner Kette. Aslachs, das Logo. Gut. Das Buchkleid wandert wieder zurück. So sieht die CD aus. Schwarz-Rot. Wir haben hier ein rotes Dreieck in der Mitte. Milonair, Miluminati. Also wird natürlich von der Symbolik her ein bisschen mit Illuminati gespielt. Genauso wie mit dem Begriff. Auch hier wieder das Dreieck, beziehungsweise eine Pyramide. Hier ebenfalls für die Sonnenbrille begrenzt. Dann haben wir eins zu eins mit dem selben Cover die Instrumentals. Auch hier 15 Instrumentals, sprich keine Skits oder sonstigen Zwischenstationen. 15 Beats auf dieser CD zu finden. Ebenfalls wie schon die Album-CD. Und das Ganze wie so oft in einer Papphülle. Dann haben wir zwei Sticker in quadratischer Form. Einmal diesen hier. Jani-Sticker mit Facebook und Instagram-Adresse von Milonair. Und einmal Lassmal. Das lustigerweise aber nur mit Facebook-Adresse. Warum auch immer. Gut. Vielleicht zum Dazusagen. Die sind beide rund, die Sticker. Also hier sieht man es, wenn man das dann rauslöst. Sowohl der Jani als auch die Lassmal-Sticker sind jetzt quadratisch. Aber sind dann beim Rauslösen rund jeweils. Dann haben wir hier einen kleinen Karton. Eine kleine Schachtel. Und hier befindet sich ein Grindr drin. Ein Aslachs-Grinder. FFM, OFM, SINCE 2010. So sieht das Ganze aus. Es gab hier mittlerweile echt, echt einige Rapper. Unter anderem die 187 Straßenbande in ihrem Sampler Nummer 3. Oder auch Mosh. Oder diverse andere Leute. Ich glaube, Sio. Und wer noch? Nemo. Es gab, glaube ich, mittlerweile echt viele Leute, viele Rapper, die einen Grindr reingepackt haben. Ja, ich meine, ich finde gut mal den Magnetverschluss, weil der erleichtert es einfach, das Ganze zu schließen und dass das nicht auseinanderfällt. Man hört es hier, dass der Magnet relativ gut funktioniert. Ja, ist halt trotzdem im Endeffekt aus Plastik und ist jetzt auch vom Design her jetzt nicht ganz so mein Fall. Ich meine, Grindr schön und gut. Ich habe sowieso keine Verwendung dafür. Aber, ja, Plastik wäre vielleicht Metall schöner gewesen. Gut, Katron brauchen wir nicht mehr. Und dann haben wir hier noch einen, ja, ist die Frage, was das sein soll. Okay, das dürfte wohl echt, nachdem das ja die Big Dog Box ist, oder wie das genannt wurde, dürfte das echt als Halsband für den Hund gedacht sein. Also man hat hier diese Plastik Schnalle. Man kann das hier entsprechend aufmachen und wieder schließen. Und dann haben wir hier an der Seite dann die Möglichkeit, das Ganze eben zu vergrößern oder zu verkleinern. Je nachdem, wie groß der Hund ist. Ich muss ehrlich sagen, jetzt aus eigener Erfahrung, also mein Hund damals, ich glaube, dem wäre das zu klein gewesen. Also ich weiß jetzt nicht, was für Hunde das vorgesehen ist. Aber wenn ich es richtig beurteilen kann, ist das schon die maximale Größe. Und ich kann definitiv sagen, für meinen Hund wäre diese zu klein. Also wäre dieses Halsband zu klein. Ansonsten, es ist in schwarz gehalten und wir haben hier überall das Aslachs-Logo, den Aslach-Aufdruck. Wie gesagt, schwarze Plastik Schnalle und hier das Ganze zum Größenverstellen. Und hier noch einen Metallring, um dann die Leine entsprechend einzuhaken. Am besten wahrscheinlich für kleinere Hunde geeignet. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box, das Poster, Milo-Luminati lesen wir hier. Und wie schon auf dem Box-Cover auch hier der große Hund samt Krone abgebildet. Auch hier lesen wir oben wieder Aslachs präsentiert. Muss ich ehrlich sagen, ich bin großer Hunde-Fan und auch Hunde-Besitzer. Von daher feiere ich das Poster. Auch wenn es etwas ungewöhnlich ist mit der Krone drauf. Erinnert sehr stark an dieses legendäre Biggie-Poster, beziehungsweise die Fotografie mit der Krone auf. Aber kann auf jeden Fall was und jeder, der mit Hunden was anfangen kann, kann wahrscheinlich auch mit diesem Poster was anfangen. Poster im Hochformat. Ja, und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte Poster im Hochformat. Den Plastik-Grinder. Das Hunde-Halsband. Die Instrumentals zum Album Milo-Minati. Das Album an sich, Milo-Minati. Und diese beiden Sticker. Das alles in dieser wunderbaren Box. Milo-Minati von Milo-Nair. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Milo-Nair unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.